Leute, ich möchte reinschauen, die Muscheln. Kein Bild, das ich reinschauen kann. Ich möchte schauen, die Erhöhung. Der Unterschied. Naja, kann man sich mal so anschauen, in Ruhe. Was willst du denn machen? Stehenbleiben. Jei, okay. Du kaufst dir doch einfach 14 Euro oder ganz billig, wenn du immer genug fordern, wenn es kaputt geht. Alles klar, Eye of Death. Bis denn, mach's gut. Messe fürs Vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Kaufst dir einfach zwei Bäche und eine Stuhl. Ja, und so kommuniziere ich dann mit euch. Ich bleib da nicht mehr stehen. Also, ich bleib da nicht mehr stehen. Verarschen lassen mich nur einmal. Ich geh aus dieser scheiß Ding da raus hier. Ja, kann man nichts machen. Ich hab kein CC-Breaker, gar nichts. Ich hab mich nicht getroffen hier. Der Meteor ist unten eingeschlagen hier. Ja, trifft nicht in der Bubble Trap. Wire ist echt schwierig mit Kopfhörer. Ja, gescheites Mikro ist sowieso sehr schwierig bei Kopfhörer immer. Ja, egal ob Wire ist oder für Kabel. Ja, und am Tisch habe ich was anderes. Da habe ich keinen Platz für sowas. Da habe ich so hier. So, sechs Läden und so, was? Sechs Läden. Ja, geh so eine Schnür von Augsburg nach München. Ja, das ist nicht mehr so gut. Ja, ich hab sie mit dem Druck auf dir gemacht. Und den Killen. Ernst du auch nicht? Jetzt sind dein Untertitel. Ja, das ist doch nicht gut. Ja, aber ich kann nicht nur sehen. Ich versuche dich nicht mehr. Ach, der ist doch nicht mehr so sehr. Der ist ja nicht mehr so sehr. Merci auch nicht. Es macht mich besonders vielaurus Aaron. und nur deswegen meinte ich getrennt mit einem Kopfhörer von der Mikrostand am Tisch ach so 2,80 km schnur soll nicht sein eh nicht ja dann kann ich ja nur mit dir reden ist ja auch doof Luftlinie sind sogar nur 55 ja dann beantrag mal dass wir das schaffen darf ich mich gar nicht bewegen oder was ist ja blöd als ob der Mob sich nicht bewegen würde das ist mir zu nah hast du machen wir mal weiter hier dann komme ich hier auch mal voran hier ach so richtig ist der ja wenn du willst mir ist egal können wir machen können wir machen können wir machen was ist denn das m4 oder was ach so mein meine cd war gar nicht ready scheiße ich hatte mein haupt cd gegen ding nicht ready scheiße gegen magie aber kannst mich ja krass c10 ja ich hatte mein magies ich hab hier ich hab hier 30 genau 21 prozent magie observation war nicht ready das scheiß skill aber hätte trotzdem nichts ausgemacht so gewonnen gz und jetzt gehen wir weiter hey gags weißt du wie man 50 gut gilda stars farmen kann wenn du mir sagst dann schon momentan noch nicht bin mal 20 minuten weg bleibt brav wir sind doch immer brav wir sind hier braven streamen und reden blödsinn 994 die schlafen wir hier und wenn du mir wissen willst du mir ein cooles bild hier kriegen von der die schau dir immer so links rechts die andere hier die schau dir immer so links rechts die andere hier die schau dir immer so links rechts die andere hier schon verplant die kleine hier wo bin ich hier ist hier bald die straße hier hintermessensee wo verwirrt die kleine für was brauche ich denn dann noch mal genau diese gilder stars ich weiß ich weiß dass man sich für modelle also für schiff diese blaupausen oder diese wie nennt man die hier im spiel ja damit es verbauen kannst braucht noch für was anderes zum körper schreiben wie macht man das fest ja genau also ich müsste es doch hoch glaube ich oder müssen wir da hinten rum so rum oder was anscheinend aber wir kommen doch gar nicht hier durch oder wer spielen soll zu den nordamerika servern gehen da ist keine warteschlange gut sind einige gesperrt und dann auf den anderen vielleicht dann sind noch nicht so viele neue charaktere oder sind alle auf niedrig wie das war es damals dort patchen auf einer gar nicht bekommst du fortspielen brauchst du nicht patchen also ich konnte fortspielen ich stelle einfach auf nordamerika und gut ist also nicht ob oder habe ich schon mal gemacht und war sofort du spielst ja trotzdem dein deutsches spiel oder die sprache die du hast französisch spanisch also ich habe insgesamt über 30 quest auslassen müssen sie nicht funktioniert haben also gibt es keine questen oder was haben wir alles durchgequeste gut ich habe eh viele ausgelassen hier ist ja ist ja klar ja soll man kann ja auch fahren oder soll ich diese diese sommer diese 99 also eine einmalig noch ich war noch ein kill dann kann ich mich erst abgeben wie lässt du dir die fps einblenden gehst du auf optionen spielinfo und bildrate ansehen einfach abhaken das liegt nicht an bord auch wenn ich den link selber poste kann man nicht anklicken ich weiß nicht das nimmt den der nimmt es nicht bei twitch in meinen anderen zwischendurch schau geht es aber ob twitch offiziell nimmt es nicht an also ich kann der linker selber post ist egal denn es denn bin einfach nicht an jeden anderen link geht aber das nicht aber man kann ja unter dem stream ist anklicken ist ja nicht nur als info gedacht ich könnte ja auch hinschreiben dass der link unten ist aber der denn es ist der einzige link wassatz nicht akzeptiert da im chat als link wenn du mit ihr c online bist oder so dann siehst du es als als link macht doch säcke auf habe ich doch oder wie die meine dinge habe ich diese geldbörse meinst du oder jenseits steine die bräuche zum porten glaube ich eine 50 werde ich nachher so oft hin und her port dass ich die brauche ich habe jetzt einen neunwöchlichen streik freigeschaltet um mich haben 20 mord sie beschrieben mit dem herr hat sich böse an ja lol die geld müssen habe ich schon die mache ich mal plötzlich auch zwischendurch hier habe ich gar nicht so viele oder habe ich doch vorhin das aufgemacht habe ich noch momentan keine ich macht immer so zwischendurch mal kurz schön oder so ist das die k genau ist die k 200 tastatur ich brauche keine so besondere tastaturen also das passt schon wenn sie dort stecke hat und ton aus und taschenrechner reicht mir das ist schon okay das ganz normale stimmende tastatur hat nur oben lauter leise play pause ton aus mail pc aushalt und taschenrechner aber schon weit gezogenes gebiet wenn man hier auch wenn man hier fliegt oder so kommt dort schon lange ach so naja beleuchtet wird mich stören wird mich stören beleuchtet also bräuchte ich nicht unbedingt also hier optionen spielinfo und bildrate ansehen sind die frames per second ja mir geht es momentan körperlich echt beschissen ich habe mehrere operationen hinter mir ich kann momentan nicht gehen momentan nicht gehen